Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie viele Praktika im Studium sinnvoll sind? Mein Name ist Nina Savarini, ich bin Referentin für Karriereberatung in der Studierendenberatung. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf jeden Einzelnen an und auch welches Fach oder welchen Studiengang ihr studiert, aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Studienzeit für Praktika zu nutzen. Meiner Meinung nach empfehlen sich im Bachelor 2 Praktika und im Master 1. Man kann es natürlich auch ein bisschen anders aufteilen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr überhaupt Praktika macht. Warum? Durch die Praktika bekommt ihr intensive Einblicke in die Arbeitswelt. Ist natürlich gut für den Lebenslauf, die Arbeitgeber sehen es gern, wenn man schon mal in der Praxis Erfahrungen gesammelt hat, aber es ist vor allem auch wichtig für euch selbst. Nur wenn ihr in der Arbeitswelt da draußen wart, wisst ihr, was euch Spaß macht, was euch vielleicht weniger Spaß macht und könnt dann euren beruflichen Weg entsprechend auch einschlagen. Wenn ihr Fragen zur Wahl von Praktika habt, dann kommt gerne zu mir in die Beratung, entweder in Präsenz oder über Zoom und schreibt mir einfach eine E-Mail an karriereberatung.ku.de.